Hallo und herzlich willkommen heute zum Sonntagsthema aus christlicher Perspektive. Ich möchte hier anknüpfen an den letzten Beitrag, in dem ich etwas gesagt habe zur Kosmologie und warum ich denke, dass ein bewusstes Grundthema hinter dem Ganzen steckt, dass ich in irgendeiner Form eine Gottheit vermute, wie immer man das nennt, ein Gedanken, ein Bewusstsein, das allem zugrunde liegt. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, in dem ich frage, warum denke ich, dass das christliche Bewusstsein dem am nächsten kommt. Ich gehe da mal so ein bisschen ein paar Stationen durch. Da kann man dann an den verschiedenen Stellen natürlich anderer Meinung sein. Das ist ja völlig legitim. Ich weise auch dann auf die verschiedenen Grundentscheidungen hin. Da kann jemand dann natürlich anders abbiegen, wenn er etwas anderes plausibel findet. Ich sage jetzt einfach mal, was ich persönlich denke und in welche Richtung ich abbiege an den verschiedenen Zweigstellen und warum ich da zum Christentum komme. Ganz grob gesagt, denke ich, kann man die Gottesvorstellung in drei verschiedene Teile einteilen. Polytheismus, Pantheismus, Monotheismus. Ganz grob. Kann man natürlich noch ein bisschen vervielfältigen, aber das ist mal so das eine. Der Polytheismus sagt, es gibt ganz viele Götter. Da ist ein Götter-Team da gewesen, das der Kosmologie geschaffen hat. Jeder so für seine Sachen. Der eine die Sonne, der andere den Mond und was weiß ich, der eine die Schwerkraft, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht einer, sondern viele. Entschuldigung. Und der Pantheismus sagt, letzten Endes ist alles eins. Das heißt, der ganze Kosmos ist diese Gottheit. Und der Monotheismus sagt, es verhält sich so ein bisschen wie Künstler zu Kunstwerk. Das eine ist zwar nicht identisch mit dem anderen, aber im Kunstwerk kann man natürlich die Handschrift des Schöpfers lesen. Gut. Politismus, Teamwork. Das ist etwas, was ich persönlich für mich jetzt als nachgelagert empfinde, weil ich mich da immer frage, wer ist denn der oberste? Wo kommen diese ganzen vielen denn her? Gab es da nicht irgendeine Urkraft, die diese ganzen erschaffen hat? Und tatsächlich, die meisten Mythen kennen dann auch sowas. Also wenn man ganz weit zurückkommt an einen Ursprung, dann wird es dann recht dünn mit der Vielheit. Dann hat man manchmal noch zwei, die auseinanderbrechen, Gutes und Schlechtes oder so etwas. Aber letztlich gibt es irgendeine initiale Urkraft, die hinter dem Ganzen steckt. Und das ist für mich der überzeugendere Gedanke, dass es wirklich etwas Grundlegendes gibt, das dann letztlich aber auch in einem Punkt zusammenläuft und eben nicht in einer Vielfalt. Wenn es da um Teamwork geht oder um ein Polytheismus, das ist dann meines Erachtens schon nicht weit genug an die Wurzel gedacht. Deswegen, erste Weichenstellung, ich bin jetzt kein Polytheist. Gut, wer hätte es gedacht? Jetzt Pantheist bin ich auch nicht so der Freund von, weil irgendwie denke ich mir, wenn alles Gott ist, warum spüre ich das nicht? Warum hat dieser Gott mich in irgendeiner Art abgesondert? Ich habe gar keine wirkliche Verbindung, die ich merke, sondern ich merke eine Außenwelt, die nicht ich bin. Ich merke andere Menschen, die angeblich dann ja auch alle dieser Gott sind, jeder Stein, alles ist irgendwie Gott. Warum gibt es dann diese ganzen widerläufigen Bestrebungen und warum ist alles so unterschiedlich? Da kann man natürlich sagen, ja, vieles ist durcheinander gegangen, ist kaputt gegangen und so. Diese Einheit kann ich nicht so entdecken. Also da gibt es ja auch viele verschiedene Erklärungen, warum das so ist. Gerade eben die Selbstvergessenheit, dass dieses göttliche Wesen sich irgendwie zersplittert hat und dass diese Splitter erst wieder zusammenfinden müssen und dass die sich da irgendwie verloren haben. Also kommt mir alles ein bisschen konstruiert vor. Ich sehe im Stein jetzt nicht den Leib eines Gottes oder so, sondern das ist für mich eben eine tote Materie. Und andere Menschen sind für mich eigenständige Personen. Ich denke auch, dass so Konzepte wie Verantwortung, dass so Konzepte wie Personalität letzten Endes weiterführen. Ich glaube nämlich schon, dass dieses Selbstempfinden von Freiheit, von Unabhängigkeit, das Streben nach Höherem oder so, nicht das Streben nach einem Ganzen ist, sondern tatsächlich einen individuellen Funken hat. Und dass dieser Funken letztlich das Ich ausmacht und dass er nicht identisch ist oder einfach nur ein kleiner Teil von etwas Größerem ist, sondern dass der wirklich eine letztlich unabhängige Eigenständigkeit hat. Meine Position sehen viele anders. Ich tendiere, wer hätte es gedacht, zum Monotheismus. Und der Monotheismus sagt letzten Endes, ist die Schöpfung, der Kosmos quasi vom Schöpfer getrennt. Das heißt, ich kann nicht im Schöpfer oder in der Schöpfung irgendwo im Weltall oder so etwas Gott finden. Der ist außen. Außen im Sinne einer Überbietung. Wenn er Raum und Zeit gemacht hat, dann steht er quasi über Raum und Zeit. Dann ist er außerhalb von Raum und Zeit. Das ist sozusagen die Ewigkeit. Nicht die Aneinanderreihung von endlichen Tagen ist dann die Unendlichkeit, sondern das Fehlen von Zeit im Sinne einer Überbietung. Also jemand, der da aussteht, hat nach meiner Vorstellung oder nach einer monotheistischen Vorstellung die gesamte Welt mit allem gemacht. Und er hat seine Spuren hinterlassen, wie eben ein Künstler in seinem Kunstwerk. Das ist so das, was mir am plausibelsten vorkommt. Und natürlich wird sich da gleich dann der Gedanke aufdrücken, warum macht denn ein Schöpfer so etwas? Warum baut er so etwas? Und da ist die Frage, warum bauen wir so etwas? Warum bauen wir gotische Kathedralen? Warum versuchen wir etwas Schönes in die Welt zu setzen? Und das ist meistens, weil wir eine gewisse Neigung haben, weil wir uns zu etwas hingezogen fühlen oder Hingabe haben. Die stärkste Triebkraft ist meines Erachtens der Überschwang, der aus der Liebe des Menschen kommt. Der Liebe zu anderen Menschen ist dann sicherlich noch eine ganz besonders hohe Form. Aber es beginnt auch schon bei kleineren Sachen, dass wir eine Zuneigung haben, dass wir uns zu etwas hingezogen fühlen. Eine Idee, der wir nachgehen und in der wir uns da verwirklichen. Das Höchste also, was ich jetzt als Mensch denke, empfinden zu können, das, was dem Göttlichen deswegen am nächsten kommt, das ist die Liebesfähigkeit. Und ich denke, analog dazu, müsste es in diesem Gott eben auch so eine Liebesfähigkeit geben. Und die ist meines Erachtens dann dafür verantwortlich, dass etwas geschaffen worden ist. Wenn man jetzt sagt, da ist so ein Wesen, aus unserer Perspektive gesagt, vor der Schöpfung. Und dieses Wesen ist liebesfähig. Also ist dafür fähig, dann irgendwo aus Liebe, aus Überschwang etwas zu schaffen. Dann ist es ja auch außerhalb der Zeit schon liebesfähig. Dann muss es meines Erachtens in irgendeiner Weise relational sein. Also es muss in sich verschiedene Aspekte oder Bezüge geben. Weil Liebe verschenkt sich immer. Wenn Liebe irgendwo stattfindet, dann immer im Streben, im Austausch, im Gegenseitigen geben und nehmen. Und das ist meines Erachtens auch der Kern, der schon ganz grundsätzlich eine Art Dreifaltigkeit, vielleicht auch bloß eine Zweifaltigkeit, aber eine Mehrfaltigkeit beinhaltet. Und wenn ein Gott, nach meiner Überzeugung eben, ein liebender Gott ist, dann ist er in sich relational, weil Liebe muss sich verschenken, muss sich an jemanden oder etwas verschenken. Und aus dieser Liebe und aus diesem Verschenken entsteht ein Überschwung, aus dem meines Erachtens dann letzten Endes eben auch der Kosmos geboren worden ist. Und da passt natürlich dazu, dass man sagt, er hat Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen. Das heißt, er hat etwas geschaffen, was er lieben möchte. Und wenn ein solches Bewusstsein, ein Universum schafft, das es selber lieben kann, dann natürlich, das ist meines Erachtens konsequent nur, wenn dieses Universum auch zurücklieben kann. Weil das wünscht man sich natürlich. Jeder, der ein Haustier hat, jeder, der natürlich dann auch Kinder, Familie hat, der Freunde hat, der andere Menschen liebt oder auch nur in abgeschwächter Form Dinge liebt, jeder, der Liebe empfindet, möchte natürlich, dass das erwidert wird. Er möchte natürlich in eine Beziehung treten mit dem Geliebten. Und da liegt meines Erachtens dann auch letzten Endes der Kern einerseits, dass es hier liebesfähige Wesen gibt, nämlich Menschen, die aus freien Stücken eine positive Antwort geben können auf diesen Schöpfer, die das aber nicht müssen und die deswegen in ihrem Innersten frei sind. Und das Zweite, noch viel Wichtigere ist, ein solcher Gott möchte gerne bei diesen geliebten Menschen sein. Das heißt, er wird irgendwann früher oder später inkarnieren. Das heißt, wir haben auf jeden Fall, nach meiner Vorstellung, wenn wir von einem monotheistischen Gott ausgehen, der aus Liebe die Welt erschafft, sehr konsequent ein Wesen zu erwarten, das liebesfähige und damit freie Wesen schafft, weil wenn die Menschen nicht frei wären, wären sie zur Liebe verdonnert, dann würde das göttliche Wesen sich selber betrügen, würde da einfach irgendwelche Figuren hinsetzen, die einen müssen lieben, die anderen dürfen nicht lieben. Das ist dann einfach nur ein Spiel mit sich selbst. Ich glaube, das wäre für ein solches Wesen eher unwürdig, weil das würde das ja auch durchschauen, wer tatsächlich geliebt werden möchte und wer eine Antwort auf die eigene Liebe haben will, der muss freie Wesen schaffen, die auch dann frei sind, lieben zu können oder eben auch nicht. Und wenn er diese dann auch liebt, dann möchte er bei ihnen sein, dann möchte er sich ihnen auch irgendwo zeigen, hingehen, dann muss er natürlich in irgendeiner Weise auch Mensch werden, also inkarnieren, in diese Welt hineinkommen, um auch das menschliche Leben möglichst authentisch zu durchleben, eins werden mit dem Geliebten, mit den Menschen. Und das ist meines Erachtens ja initial auch der Gedanke für ein Christusereignis, dass eben dieser Gott mehrfaltig, dreifaltig ist nach christlichem Verständnis und eine dieser Inkarnationen, eine dieser Hypostaten eben dann in diese Welt hineingegangen ist. Das ist so im Prinzip, jetzt war ganz, ganz kurz und schnell aufgerissen, warum ich denke, dass ein, ja, irgendwo ein bisschen Kratzen im Hals, dass ein göttliches Wesen, das diese Welt als Schöpfer verfasst, wenn es denn die Macht dazu hat, freie Wesen schafft und sich ihnen dann eben auch schenkt, mit ihnen ihren Lebensweg durchläuft, mit allem Freude und Leid, die es so gibt. Ja, das hat in aller Kürze jetzt einmal so dieser Bogen, warum Monotheismus und warum dreifaltig, warum Christusereignis. Ist in der Kürze natürlich sicherlich nicht in alle Facetten ausgefaltet. Kann man in so einem Video auch sehr schwer machen. Bin mal gespannt, ob Anregungen, Kritik oder irgendetwas kommt, weil dann kann man vielleicht den einen oder anderen Aspekt ja auch noch vertiefen. Aber so mal als grober Bogen sollte das erst einmal genügen und dann würde ich beim nächsten Teil auf die Frage kommen, wenn es jetzt diesen Christus in dieser Welt gibt, also das dreifaltige Wesen mit einer Inkarnation, was hat das mit katholisch zu tun? Soweit erstmal, alles Gute und bis bald.